Prinzipiell vermutlich genetisch etwas vorbelastet. Mein Vater war bereits Softwareentwickler und Programmierer. Er hat das von der Pike auf gelernt in den 60er Jahren damals. Und natürlich, Kinder sind neugierig und folgen den Eltern auf Schritt und Tritt, hat es mir natürlich dann auch zu interessieren begonnen. Irgendwann stand dann so ein riesengroßer grauer Kasten zu Hause. Damals in den Zeiten, wo die 268 Grad das brandheiße Ding war, bin ich damals eingestiegen. Spiele waren damals einfach so schlecht, dass außer Programmieren das kein Problem ist. Technik hat mich interessiert. Wenn man den Zugang hat und vor allem, wenn man ein bisschen Fragen stellen kann, ist es natürlich relativ leicht, dass man dann viele Stunden mehr als einem eigentlich lieb sein sollte, in diesem Alter dann vor diesem Kastl verbringt. Und dabei ist geblieben. Bin dann in der Schule zwar in die ganz normale AHS gegangen, habe aber dort bereits den Fachzeug Informatik, wo auch immer es gegangen ist, gewählt. Danach die Uni mit Wirtschaftsinformatik und dann eigentlich auch bereits seit Uni-Zeiten nebenher immer arbeiten, entwickeln, programmieren. Und man immer, dass man halt ein Projekt hat, das einem Spaß macht, dann lernt man halt auch viel. Und ja, es hat mir nie weniger Spaß gemacht und so ist es halt dann zum Beruf geworden. Und dort bin ich kleben geblieben. Das heißt, seit knapp 40 Jahren sind wir jetzt beim Programmieren aufgerundet. So alt bin ich dann nicht. Wenn man vorne anfangen möchte, natürlich am Anfang stehen die kleinen Projekte. Meistens fangen die, fangen wir mit einem Hobbyprojekt eigentlich einmal an, bevor man da wirklich ins Berufliche einsteigt. Das Problem ist, wenn man Programmieren nur als Job betrachtet, wird man vermutlich nie allzu gut werden. Da gehört einfach eine gewisse Leidenschaft dazu. Und bei mir waren es auch eben die vielbesagten Spiele. Ich habe damals einfach angefangen, also Dinge gegeben, die haben es mir angetan und ich wollte es selber entwickeln. Ich habe viel Schweiß investiert, habe mich stundenlang geärgert. Aber es ist natürlich genug auch ein Lerneffekt gewesen. Und dann waren im Endeffekt die ersten Kleinaufträge, irgendwo eine kleine Oberfläche, damals noch mit auch Microsoft Office Access, Datenbankanbindungen. Die Projekte sind größer geworden. Dann irgendwann ist der Finanzbedarf auch größer geworden mit den fortschreitenden Jahren. Da waren die ersten Nebenjobs. Das war damals bei VW Mandel & Berger war mein erster Nebenjob. Dort habe ich Qualitätssicherungssoftware entwickelt zum Daten erfassen. Ja, und irgendwann war die Uni zu Ende und das große Berufsleben ist gestartet. Das heißt, angefangen hat das Ganze mit Individualentwicklung damals. Natürlich Ende 90er, Anfang 2000er Jahre war unglaublich großer Bedarf an Individualsoftware. Man hat sehr schnell Fuß gefasst und Konkurrenz war leider natürlich auch groß, muss man dazu gestehen. Aber ja, es war ja nicht immer was zu tun. Man hat interessante Projekte gehabt. Und ja, irgendwann war die Erfahrung so groß, dass man sich dann zum Senior weiterentwickelt, vom Juniorentwickler. Da verschiebt sich dann das Ganze ein bisschen. Man entwickelt weniger, aber man weiß viel mehr. Das heißt, ich habe da einen schönen Satz für mich zusammengeschrieben. Man trinkt Kaffee und weiß Dinge. Die Game-of-Thrones-Fans werden das Zitat vermutlich erkennen. Und auf das läuft es aber hinaus, zumindest den Teil mit dem Wissen. Als Seniorentwickler hat man eine Erfahrung, die fehlt einem einfach am Anfang. Man schätzt Dinge besser ein. Man kann sich viel mehr Gedanken machen über die Konsequenzen. Man erkennt, wenn man an diesem Faden von Code, den man vor einem hat, an einer Stelle zieht, wo wirkt sich das überall aus. Und das ist halt die Erfahrung, die man braucht. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist leider der mühsame, steinige Weg durch den Junior-Developer. Aber wenn man dort einmal angekommen ist, ist es durchaus interessant, weil man einfach wirklich immer mehr das große Ganze sehen kann und darf. Und damit auch die Projekte echt cool werden. Probiert es jetzt zuallererst einmal als Junior-Developer. Das ist so ziemlich der wichtigste erste Schritt, den ihr machen könnt. Es ist, Senior-Developer wirst irgendwann, zumindest mal vom Prinzip her automatisch, wenn du mit Leib und Säle halt dabei bist, wenn du ein Herz für Code entwickeln hast, wenn dir dein Produkt, das du machst, am Herzen liegt, auf das rennt es wirklich hinaus, dann wirst du dich verbessern und du wirst erkennen, dass nicht die coolste Lösung immer die beste ist, sondern diejenige, bei der ich in zehn Jahren auf den Code schauen kann und sagen kann, ich verstehe es noch. Das war kein Geniestreich meines jüngeren Ichs, den ich nie wieder auf die Reihe kriege, sondern ich habe Code geschrieben, den kann ich heute noch warten, den kann ich heute lesen und den kann ich heute auch noch verändern und anpassen. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, die den Senior-Developer irgendwo ausmacht. Ich kann Code entwickeln, ich lerne Code entwickeln, der weiterverwendbar ist, der für andere einen Vorteil darstellt. Ich kann eine gemeinsame Code-Basis erstellen und dafür brauche ich viel Erfahrung. Die Erfahrung kriegt man natürlich in der Schule, auf einer Universität, aber Code entwickeln ist unglaublich schnelles Business. Man hat zwar irgendwann einmal einen Grundstock und da schaue ich jetzt eher Richtung Algorithmen, Datenstrukturen, wie funktioniert das Ganze unter der Haube. Eine Programmiersprache ist ein Werkzeug. Eine Programmiersprache erledigt einen Job und es wird sich alle paar Jahre irgendwas ändern, wo etwas den Job besser erledigt. Das heißt, wirklich mal als Anfänger darauf fixieren, zu versuchen, zu verstehen, wie funktioniert das Ganze, wie funktionieren Daten, wie funktioniert so ein Programmablauf. Das ist unglaublich trocken und unglaublich langweilig, aber es ist der Grundstock, auf dem jegliche andere Programmiersprache, egal wie viele Jahre vergehen, immer noch aufbauen. Und damit habe ich zum meisten angefangen. Das Nächste, was wichtig ist, lernt es Englisch. Kinder hören das nicht so gerne. Vokabel lernen. Vokabel, unglaublich wichtig. Die Grammatik, ich sage es ganz leise, ist nicht ganz so wichtig, aber Programmieren ist Englisch. Durch und durch. Und wenn man gut Englisch kann, dann fällt man schon mal auf die erste Problematik, beim Programmieren nicht rein auf die ganzen Übersetzungsfehler, die natürlich immer passieren, weil man versucht, etwas auf Deutsch zu lesen, was in Englisch vorgesehen ist. Und natürlich mit Leidenschaft dabei sein. Und am besten ist, sucht euch etwas, was euch interessiert, und versucht, das Problem zu lösen. Da lernt man am meisten. Da lernt man am besten. Da lernt man am besten. Da lernt man am besten. Ich danke. Ich danke. Und dann ist das Problematik.